Hallo, ich begrüße euch zu einer kurzen, knackigen Einführung zu den wichtigsten Funktionen von Tinkercad. Ich habe eine Rause geöffnet, in meinem Fall sieht man links rum Google Chrome und gebe die Adresszeile Tinkercad.com ein. Dann erscheint dieses Fenster, das ihr hier seht. Rechts oben gibt es den Button Anmelden, den ihr einmal anklicken müsst. Es erscheint ein Fenster, wo ihr dann mit eurem Klassencode, also das Feld Schüler mit Klassencode anklicken müsst und den von euch zugewiesenen Klassencode eingehen. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle, es wird automatisch groß geschrieben. Mit dem Button zu meiner Klasse gehen, geht es weiter. Ihr habt auch vom Lehrer einen Spitznamen zugeordnet bekommen, in diesem Fall bin ich jetzt in einer Klasse wie Essenbach 4FGZ. Und dieses nochmal kontrollieren, jedenfalls mit dem zugewiesenen Spitznamen, geht es dann weiter. Und das bin ich anklicken. Das Fenster, das jetzt erscheint, hat noch keine Entwürfe von mir. Später, letzter sehen, stehen hier, mit Fede, die Feti, hier eure ganzen verschiedenen Entwürfe, die ihr schon gemacht habt. Mit dem Feld Plus erstellen und dann 3D Entwurf vom Zitzel und Eingangriffen zu einer Oberfläche, wo ihr dann arbeiten könnt. Jetzt erkläre ich euch die Funktion der Maus. Mit der Rolltaste könnt ihr herauszoomen oder hineinzoomen, je nach Richtung, wie ihr die Rolle dreht. Mit der rechten Maustaste gedrückt, könnt ihr die Arbeitsebene drehen. Mit dem Drücken der Rolltaste kann man die Arbeitsebene auf den Bildschirm herumschieben. Also rauszoomen, reinzoomen mit der Rolle, rechte Maustaste drehen, drücken der Rolle, verschieben der Arbeitsebene. Genauso können sie dies auch links mit diesem Würfel durchführen, der die Ansichten darstellt, von unten nach oben. Wenn ich oben gucke, bin ich direkt oberhalb, drücke ich die Ecke des Würfels, hauge ich einen Blick von rechts oben auf die Arbeitsebene. Man kann auch mit dem Plus und Minus hineinzoomen oder rauszoomen. Mit dem Hauszeichen kommen wir wieder zur Ausgangsansicht. Ganz wichtig, bevor man eigentlich Arbeiten beginnt, sollte man links oben, da links Nikkeitsstädter, einen gescheiten Namen geben, wie wir zum Beispiel Erster Entwurf vorschlagen und Enter dürfen. Somit wird diese Zeichnung, diese Arbeit dann unter Erster Entwurf abgespeichert, automatisch. Ja, und jetzt gehen wir zum Zeichnen. Ich würde euch immer empfehlen, mit dem Lineal rechts oben zu arbeiten, anklicken und irgendwo platzieren. Somit haben wir dann immer die Möglichkeit, wenn mehrere Farbe gezeichnet werden, auf diesen Ursprung, auf diesen Nullpunkt hin zurück zu arbeiten. Man kann dieses Lineal auch wegschneiden, wenn man auf das X drückt und sich es nach einem Rot. Auch das Lineal kann man neu platzieren. Sollte jemanden diesen Platz mittauen, dann wird das ganz leicht, wenn man auf den Ursprung des Lineals drückt. Gut, und jetzt holen wir uns einen Körper. Ich hole mir diesen roten Würfel und setze genau mit der Linken und der Pfeil auf das Lineal. Ich linke dir durch den Austaschdeig und ich kann genau kontrollieren, wo ich diesen Würfel richtig platziert habe. Übrigens, mit drückender Pfeiltaschen auf der Tastatur kann man um einen Millimeter den Würfel in die verschiedenen Richtungen verschieben. Und nach oben geht bei dem Pfeiltas nichts. Da müssen wir mit diesem kleinen Kegel da oben arbeiten. Wenn ich den Drück mit der linken Maustaschdeig von mir rechts erkennt man einen Pfeil, der drüben hinterlegt ist. 7 Millimeter, 6, 5, 4, 3, 2, 1, auf den Ursprung zurück den Würfel verschieben. Übrigens rechts unten ein Fangraster, der ist auf 1 Millimeter voreingestellt. Und wenn ich den auf 0,5 setze und jetzt mit meinem Pfeiltaschen wieder arbeit, wird er genau um einen halben Millimeter pro Drück in meiner Pfeiltasche verschoben. Auch wieder in alle Richtungen möglich. Wobei nach oben wiederum mit diesem Kegel auch wiederum jetzt in Schritten von 0,5 Millimeter des Meldes. Und jetzt wieder auf den Ursprung. Ja, das war eine kurze, knackige Einführung. Und ich hoffe, ich habe viel Freude mit dem Programm Tinkercats.